Seit Ende Juni bin ich hier. Ne, uns geht's super. Seit vier Monaten sind wir am Start. Wir gehen jeden Tag ins Krankenhaus, was schon mal ein gutes Grundleben ist. Ne, aber wir sind hier ja super aufgenommen in dem Krankenhaus. Das muss man auch sagen. Hier ist ja Betrieb. Also hier drunter ist Betrieb, drüber ist Betrieb, da drüben ist Betrieb, da ist Betrieb. Die Pathologie ist im Keller, das ist richtig geil. Wenn ich das Kostüm hier so anlege, dann gucke ich mich meistens an und denke, was ist denn jetzt los? Ich habe irgendwie, weiß ich nicht, so ganz in Weiß ist natürlich eine ganz schöne Sache. Gut ist, wenn man dann rausgeht und von richtigen Ärzten angesprochen wird, was mir einmal passiert ist. Und dann so gefragt wird, alles gut bei Ihnen? Ich sage so, ja, ja, alles gut. Ich habe ihn nur so angedeckt und dann ist er gegangen und ich habe dann so gefragt, wenn jetzt was passiert wäre, ich bin nicht nur in der Rolle ein schlechter Arzt, ich werde, glaube ich, echt auch ein richtig schlechter Arzt. Aber dazu finde ich das schön. Das wäre mal ganz nett, mal anders auszusehen. Das wäre mal ganz nett, mal anders auszusehen. Das wäre mal ganz nett, mal anders auszusehen. Das wäre mal ganz nett. Aber ich bin nicht sicher, dass ich das so sagen möchte. Vielen Dank.